so hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal heute mal wieder ein update video letzte woche kam ja keins weil es kein direktes update gab bzw keine patch notes dazu gab zwar so kleine sachen aber nichts was man hätte jetzt erwähnen müssen deswegen heute wieder pünktlich zum dienstag guck mal doch mal rein ich habe nur geöffnet weil ich dachte nach dem update mal wieder nichts aber jetzt kam doch was also mal rein was wir haben so jetzt haben wir hier zuerst dieses starlight member trial coupon das heißt dass man jetzt hier 31 tage mal dieses start ausprobieren kann allerdings bekommst du dafür kann ich diesen extreme skin was ich ziemlich kacke finde schade eigentlich so was ist das edit avatar borde achievements okay so hier was ja nicht mal zweitens einfach erstens oder drittens okay hero chance ist einfach jetzt rekommend gearsets okay das ist nicht so wichtig okay diese fähigkeit kostet ein bisschen weniger mana und die passive oder ein bisschen genervt so hieß und schön mountain shocker irgendwie okay das hat schon mal weniger radius aber macht dafür wenn es nicht schon gemacht hat es lautet für zwei sekunden okay blattflug für zu ist mann kostet ok ich mal wie amana aber macht dafür auch wieder ein bisschen weniger an was scaling ratio ach egal ist auf jeden fall auch wieder so ein buff nur so selber adjust ist das ist einfach nur auf jedenfalls okay also hier auf wieder auf bar ihre tue junge hart ist damit per ero hat auch drei prozent jetzt weniger drei prozent ist auch viel sie long supreme warrior just bond ist movement auch gebufft meine tower motivation rohr nur backfix okay wird auch mal gebufft der kommen die wir kommen wir kommen noch mehr der als nötig der akai gerade grog fix der debuff der going twice in situations nein erokt ich kann gar nicht annehmen sound man christ sound effects improve default skins display sound effects of got out gotcha okay hier in battle spell changes okay der roll buff adjust fighter buff reduzieren bei 15 okay also ein bisschen ja mag man braucht gibt auch noch ein bisschen was ja ob die effektion ausdrücklich ist ein flicker slide reduzieren personen black eyes hier mal gucken ob da mit dem crafting was dabei ist er ist jetzt cool dann darüber haben wir es neulich geredet dass 120 sekunden für so ein zauber viel zu viel sind aber 90 kunden ist halt immer noch zu viel ich meine nur um drei bars angriff bestand zu halten ich meine was ist das schon drei bars angriff ist vielleicht am anfang halbwegs gut aber da kannst du auch der stein annehmen damit kannst du wenigstens dann gleich so eine ganze crowd von gegner stun und die island war hat auch ein bisschen mehr bekommen das könnte man ihn glatt nehmen 60 kunden ist echt ein guter wert sind nur scheiße dass es nur zwei sekunden ist aber auch gut und die system changes fix der message okay okay das ist alles nicht mehr als nicht mehr so spannend aber gut naja alles mal dass die akai schon wieder gebufft haben warum warum der war noch schon gut egal gibt ihm noch mehr gibt ihm einfach noch mehr aber das war es schon keine großen ankündigen kein gar nichts ne neuer hält auch nicht raus naja was willst du tun oder da wurde jetzt nicht heimdrehen gepatcht oder so ist ja bestimmt wieder ganz groß unter startseite aufgeploppt jetzt neue als alle kaufen alle kaufen 30 prozent in der ersten woche weniger naja gut das war's dann leider schon zum update video das lohnt sich schon fast gar nicht das hoch zu laden meine fresse naja gut wie dem auch sei hoffentlich kommt nächste woche wieder ein bisschen größeres update wo hoffentlich mit charaktere ein bisschen mehr gebufft werden okay gut also dann sehen wir uns zum nächsten gameplay display was auch immer wieder und bis dahin